ja servus leute wieder ein bisschen was passiert gestern habe ich ja den sound grob schon mal aufgestellt gehabt ja also quasi im freitags video ja hier ist er fest ringsherum gespannt ja jetzt mag der eine oder andere sagen hier oben labbert ein wenig das ist mir aber egal hauptsache die hühner können nicht mehr raus und das können sie auch nicht mehr ja die hühner die durften heute auch schon raus ich habe sie jetzt endlich wieder in die freiheit entlassen die waren richtig begeistert vorhin dass sie wieder raus durften ja und ja ich habe gestern den sound dann halt wie gesagt rüber aufgestellt so steht er ringsherum und mein vater der hat sich ja noch gestellt der hat also das bild auf instagram sieht man das auf meinem instagram account mein vater der hat mit radlader und mit der multe das große schwere stromaggregat aus der halle runter schweißgeräte die große 230er flex und hat hier unten dann aus solchem wasserrohrer ein tor gebaut das ist ein großes tor das ist zum aushängen gemacht und damit man rein kann zum stüttern und nicht mehr das riesentor aufmachen muss ist hier nebendran ein kleines tor mit riegel Türchen auf Türchen zu Klappe zu so sieht das ganze aus ja die steinplatten die muss jetzt natürlich versetzen da wo sie jetzt liegen können wir nimmer hin weil früher war der übel weg immer hier die haben wir über den zang hier drüber gestiegen jetzt ist ja das große tor da wie gesagt das ist bloß zum einhängen hebt es bloß aus stellt man auf seite und kann mir die maschinen rein serie bloß einmal im jahr ja und das kleine Türchen dann hier drüben einfach mit einem kleinen riegel unten dran alles schön verschweißt und ich finde soweit schaut es auf alle fälle schon ganz gut aus deutlich besser als vorher ich meine wo noch was gemacht gehört das ist natürlich hier unten da sieht man schon da wenn sie graben da kommen sie raus auch da vorne natürlich da muss ich dann noch ran da soll ein paar so Betonstadt runter und die waschbetonplatten die sind ja einfach nur umgedrehte waschbetonplatten die werden einfach versetzt hier rüber kommen dann hier hin und dann geht der weg rein und da wieder da rüber und dann denke ich ja mal dann ist der hühnerstall wieder fertig und dann können am dienstag die neuen hühner kommen und was jetzt halt noch gemacht wird ich weiß jetzt die platten da raus stelle den fasswagen aufseite eigenbau fasswagen und dann werde ich einmal mit dem Bulldog mit der fräsreihe fahren soweit ausgedengelt ist sie schon mal grob ich meine schutzfläche sind nicht dran aber zum fräsen zumindest das funktioniert dann fräse ich das Stück auch mal rum dann kann ich die platten wieder so reinlegen wie ich will weil da brauche ich mich nicht so abklagen oder mit dem harten boden und wenn das gemacht ist dann ist hier unten zumindest soweit fertig dann gehört der stall noch ausgemistet das mache ich dann eventuell am sonntag noch und dann passt das soweit so ich habe jetzt die fräse soweit klargemacht dass ich auch mal durchfräsen kann und ich hoffe jetzt funktioniert sie werden wir gleich wissen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dass jetzt der Stall aussieht wie Sau. Ich kann es ja mal zeigen. Also wie gesagt, das wird heute noch sauber gemacht. Schaut etwas nach Chaos aus, ist auch etwas Chaos. Gefällt mir selber nicht. Aber was willst du denn machen? Hilft ja nichts. Ja, ich habe die Woche eine Glutzhenne. So nennt man bei uns eine Glucke. Oder eine brütende Henne. Die ist gerade rausgerannt. Die wird jetzt draußen auch schon mal etwas fressen. Ich zeige euch einmal ihr Nest. Da liegen die Eier. Ich bin mal gespannt, ob da auch etwas rauskommt. Das wäre natürlich schön. Wenn nicht, dann nicht. Ich meine, ich kriege eh neue Hühner. Aber wenn man etwas kriegt, ist ja auch nicht schlecht. Ja, ihren Eimer mit ihrem Futter haben sie schon gefunden. Bananenschale. Als ob du Bananenschale magst. Ja, passt auf. Ja, die Graue da hinten dran. Das ist die Glucke. Das sieht man am aufgeplusterten Gefieder. Und ich höre es. Die ist gegenüber den Artgenossen jetzt recht aggressiv, wenn die in die Nähe vom Nest kommen. Die hackt sie. Das ist einfach ganz gut. Ja, der Hahn freut sich, dass er jetzt raus darf. Ja, also die ist jedenfalls recht aggressiv gegenüber den anderen. Das verteidigt die Nest. Ich denke, das ist eine ganz gute Bruthenne. Und ja, bin ich ja mal gespannt, wie es rauskommt. Wäre natürlich schön, wenn es da ein paar Junge gibt. Ja, soviel zum Umbau vom Hühnergehege. Ein bisschen Gras haben, ist mit reingekommen. Aber ich gehe schwer davon aus, da kommt eh wieder nichts. Weil, wo die Hühner kratzen, bleibt nun mal nichts stehen. Der Boden ist schön aufgelockert, gefräst. Die Gründer. Also, wühlen können sie auf jeden Fall wieder. Regenwürmer gibt es hier unten trotzdem noch massenhaft. Also, das habe ich gestern wieder gesehen nach dem Fräsen. Soviel Würmer, wie hier drin sind, das denkt man gar nicht. Aber da schauen wir halt einfach mal. Ja, früher am Morgen. Die Gänse und so eine Ente, die wollen natürlich auch raus. Wie immer. Ja. Können die sich ja austoben. So, der Hühnerstall ist jetzt auch sauber. Meine Hühner haben hier einen Swimmingpool gekriegt. Da planschen sie immer ein wenig drinnen herum. Eine alte, ausgemusterte Unterwanne vor allem so einem Zwerghosenstall. Die hatten wir noch, die war kaputt. Die haben mal eine Hühner gekriegt. Können sie drinnen ein wenig rumplanschen. Wenn es recht warm ist, dann hocken die schon mal drinnen und dann baden die richtig. Also, das ist wie ein großes Vogelbad im Endeffekt. Ja, die freuen sich. Die haben jetzt was zu tun. Heute ist nicht einmal das Grünfutter wichtig. Die wärme in dem umgekramen, umgefressen. Schmecken scheinbar besser. Wie sie wollen. Gehen wir mal noch in den Stall. Ja, hier mein Schweinestall. Geplanter Schweinestall. Das ist ja noch so mein Ziel. So, und hier drin kommen wir schön sauber. Da können sie sich jetzt wieder austoben. Natürlich auch frisches Wasser von der Schlüssel sauber gemacht. Frisches Sandbad. Oben drauf das weißes wird das Kieselkur. Hier schaut es auch wieder ganz gut aus. Ja. Und hier in die Legeboxen. Jetzt zeige ich euch einmal meine Glucke. Das ist eine Sperbe. Und die sitzt da. Alles gut. Hm? Kommen wir da rein. Die Brüte dort in einer Tour. Ich bin noch mal gespannt, ob es was wird. Weil letztes Jahr hat sie es schon mal probiert. Ist aber drei Tage vor dem errechneten Schlupftermin dann runter. Also bei den Hühnern ist es normalerweise so um die 21 Tage, wo sie brüten. Circa. Plus Minus natürlich. Also kann durchaus sein, dass es einmal 26 durchdauert. Habe ich auch schon gehabt. Plus die ist drei Tage vor dem errechneten Termin runter vom Nest. Also am 18. Bruttag. Und ja. Hat leider nicht funktioniert. Jetzt schauen wir mal. Also entweder vielleicht waren die Eier dann, dass das Embryo drin abgestorben war. Weil die hatte letztes Jahr sechs Eier. Und im einen war auch ein Embryo drin. Aber ich geh davon aus wahrscheinlich. Weil es hat auch schon so komisch gerochen. Die waren wahrscheinlich abgestorben. Und deswegen. Das merken die. Ist die dann auch runter. Und hat ganz normal weiter mit ihr einen gefressen. Und gekratzt gehabt und so. Also. Jetzt schauen wir halt einmal das hier an. Ob es was wird. Ja. Ich weiß. Und die ist natürlich sauer, wenn man sie anfasst. Die hat Angst darum, dass man ihre Eier wegtut. Ich sage auch den anderen. Ich habe ein paar Hühner dabei. Die wenn offenliegende Eier sehen. Da muss man aufpassen. Die hacken drauf rum. Ich meine. Die haben sie nicht kaputt gekriegt. Glücklicherweise. Aber die hacken drauf rum. Und. Da ist die aber ganz vorsichtig. Die passt da ganz genau auf. Und jetzt. Naja. Schauen wir mal. Wenn es was wird. Ja. Und den Schweinestall. Da muss ich aber mal vorne noch involvieren. Also. Mein Vorhaben ist ja nach wie vor. Dass ich mir. Ein paar Hüsumme hätte. Also. Mir gefällt die Schweinerasse einfach. Ich finde die schön. Und. Ja. Bei mir ist es ja im Endeffekt zur Eigenverwertung gedacht. Dass man wirklich sagt. Wer tut sich da oder eine Ebe und eine Sau her. Und eventuell mal ein paar Jungen oder was. Mal gucken. Und dann. Nur für den Eigenbedarf. Was man halt braucht. Ja. Das sind die Läden drinnen. Was du so kriegst. Ähm. Bin ich nicht ganz überzeugt davon. Du weißt immer nicht wirklich. Wo es herkommt. Klar. Du kannst vor einem Landmetzger nehmen. Dann ist es ein wenig. Dann ist es auf jeden Fall hochwertiger. Ist vom Preis auf ein wenig teurer. Du weißt aber trotzdem nicht. Wie haben die Viecher vorher gelebt. Und. Ja. Also ich denke mal. Zwei. Drei Hüsumme. Der Stall ist groß genug. Normalerweise. Das dürfte kein Problem sein. Wir haben es ja noch. Es ist ja nie rückgebaut worden. Oder was. Es ist ja alles noch vorhanden. Von daher denke ich. Eigentlich wäre es gar keine schlechte Idee. Der Stall hier. Der hat normalerweise isolierte Türen dran. Normalerweise. Wir haben gute Belüftung hinten. Jetzt den großen Zaun außenrum. Wo ich denke. Na. Da könntest du wahrscheinlich auch einmal unter Aufsicht rauslassen. Kannst du einfach da laufen lassen. Weil ich meine. Wenn jemand da ist. Dann brauchst du auch keine Gedanken machen. Welcher Schwarzwild oder was. Was noch geht. Ich sage. Eigentlich wäre es optimal. Jetzt den da. Da muss ich erst den Vater involvieren. Weil der ist nicht begeistert davon. Wenn ich hier. Mit irgendwelchen Viechern ankomme. Der hat mir jetzt. Aber hier tatkräftig geholfen gehabt. Hühnerzaun. Der hat quasi das Tor gebaut. Und das Türchen. Alles mit Schwarzgerät. Schön zusammengeschwarzt. Da unten vor Ort. Also die Hühner. Haben sie nach Schaar angetan. Ich meine. Man sieht es ja. Immer frische Frühstückseier. Fürs Kuhnbacken. Und dergleichen. Immer frische Eier. Was willst du mehr. Ist doch optimal. Und. Wir brauchen nicht ins Geschäft gehen. Und Eier kaufen. Also. Dieses Jahr. Über den Winter hatte ich so viel Glück. Ich habe kein einziges Mal ein Päckchen Eier kaufen müssen. Und ich meine. Was will man mehr. Ist doch optimal. Ja. Mein. Herdenhütehund. Liegt damit hier. Der Reili mitten zwischen die Hühner. Gestern haben wir die. Den Rasenschnitt mit rein gekippt. Da freuen sie sich immer drüber. Da picken sie drinnen rum. Da waren mit auf dem Haufen drauf. Und ringsrum die Hühner. Also der hat sich da unten schon voll mit Ei gelebt. Ich meine. Der geht zwar wieder mitten auf. Den könnte es theoretisch als aufpassen. Hier unten auch lassen. Also. Wenn der Gegner einmal nicht mehr mag. Dann habe ich auch einen Hund dafür. Der es macht. Und wie schön. Dass er da liegt. Na Reili. 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 Hat keine Zeit. Keine Sprechstunde. Der hat einen Federlack von er. Alter. Sogeln. Na ja. Die Hühner nach hinten sieht man sie. Die machen jetzt gerade Sandbad. Oder in dem Fall ihre Erdbad. Gefiederpflege. Die freuen sich. Dass er jetzt da richtig schön kratzen können. Haben ihre Beschäftigung. Ja. Wie gesagt. Ich habe jetzt trotzdem wieder ein wenig Samen mit rein gekaut. Und habe es mit rein gefräst. Ich schätze mal. Da werde ich mir zwei Gräner anspeisen. Da wird wieder nichts aufgehen. Oder wenn es aufgeht. Dann fressen die es gleich weg. Aber ein wenig Freude haben sie auch dran. Aber es ist ja nicht so. Ich habe auch hier gleich die Wiese. Ich habe auch Sense. Und wenn es wirklich ist. Dann schnappe ich immer meine Sense. Mehr ein wenig Gras. Schmeiße ich ihnen rein. Dann haben die auch schönes Grünfutter. Ich meine immer nur so viel wie sie auch wirklich brauchen. Weil sonst hat man einen Haufen drinnen rumliegen. Da freuen die sich auch drüber. Weil gerade im zweiten Schnitt. Wenn das da noch ein bisschen kleiner ist vorne dran. Das ist optimal. Die Hühner freuen sich wenn sie sowas kriegen. Und wenn es da mal kein Futter gibt vom Supermarkt quasi. Wenn da nichts übrig ist. Dann gibt es eben Grünfutter. Ich meine ich habe es ja alles hier. Ja. In diesem Sinne. Meine Hühner die freuen sich. Mein Hund freut sich. Ich freue mich. Ich bin jetzt zufrieden. Ich gehe jetzt noch zum Frühstücken. Ich glaube es wird jetzt neuner. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich habe gar keine Uhr dran. Schauen wir mal. Jetzt geht es erst einmal frühstücken. Sonntag früh. Raus aus die Stallklamotten. Und schön an den Frühstückstisch. Darauf freue ich mich schon den ganzen Morgen. Deswegen habe ich meinen Stalljäger fertig gemacht. Ich habe mir vorgenommen in die paar Tage Urlaub die ich habe. Will ich das alles haben. Will ich das alles schaffen. Und ja der Urlaub ist vorbei. Und ich bin mit meiner Arbeit fertig. Und da bin ich auch ganz froh drum. So muss es sein. So soll es sein. Und dann bin ich auch zufrieden. Ja gut. In diesem Sinne. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ich hoffe das Video hat wieder gefallen. Wollen wir wieder was anderes. Weniger mit Maschinen. Mehr Gelaber. Mehr bei den Viechern. Gehört halt auch dazu. Wie gesagt das ist Landwirtschaft. Da hat man halt die Viecher. Auch wenn es bei mir mehr kleine Nebenerwerbs oder Hobby Landwirtschaft ist. Oder wie man es nennen mag. Aber für mich gehört es dazu. Na gut. Also dann. Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Vielen Dank.